Hallo und herzlich willkommen zu Ich will wandern, dem neuen Format auf meinem Kanal. Ich bin Carsten und ich will mit euch über das Wandern sprechen. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Ich will wandern, was soll das? Ich habe jetzt auf meinen Wanderungen einiges an Erfahrungen gesammelt und lerne immer noch dazu. Und ich habe entschlossen, ich mache jetzt hier auf meinem Kanal mal so ein paar neue Sachen für mich. Ja, das bedeutet, ihr seht jetzt hier auf meinem Kanal demnächst auch mal andere Dinge. Nicht nur meine Tourenvideos, keine Angst, die werden auch bleiben. Die werde ich auch weiterhin zeigen. Ich möchte halt ein paar andere Dinge in den Kanal hineinbringen. Ich möchte euch Produkte vorstellen, die ich mir zugelegt habe. Ich werde Produkte testen und euch mal mitteilen, was ich von diesen Dingen halte. Ob sie was taugen oder in meinen Augen nicht. Dann werde ich euch einiges darüber erzählen, was Wandern ist, beziehungsweise was man zum Wandern braucht. Und ich denke, das kann für euch und auch für mich eine ganz interessante und spannende Sache werden. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dies war jetzt mal die Folge 1 von IWW Ich will wandern. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.